Eine schwer bewaffnete Spezialeinheit stürmt mit vorgehaltener Waffe eine Wohnung. Die Polizisten denken, sie sind bei einem Notfall, aber alles, was sie vorfinden, sind völlig überrumpelte Bewohner. Das Phänomen nennt sich Swatting und stammt aus den USA. Im schlimmsten Fall kann ein solcher Einsatz tödlich enden. Die Täter täuschen einen Notfall vor und schicken Polizei oder Rettungskräfte zu ihren nichtsahnenden Opfern. Besonders häufig sind Livestreamer betroffen, weil die Täter live sehen können, was passiert, wenn sie einen Fake-Notruf auslösen. Swatting kann eigentlich die gleichen Folgen für die Opfer haben wie dramatische Erlebnisse oder physische Gewalt. Auch in Deutschland macht das Phänomen Schlagzeilen. Der YouTuber Rainer Winkler, bekannt als Drachenlord, wird geswattet, als er Livestreamt. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen großen Lahn bei mir ausgerufen und ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Swatting hat nicht nur schlimme Folgen für die Betroffenen, es hält Polizei und Rettungskräfte auch von echten Einsätzen ab. Die Täter zu verklagen ist kaum möglich, weil sie ihre Identität gut verstecken können. Ich frag mich, was treibt die Swatter eigentlich an? Welche Folgen hat das für die Opfer und wie kann man sich verteidigen? In einem kleinen fränkischen Dorf mit gerade mal 40 Einwohnern kommt es zum wohl spektakulärsten Fall Deutschlands. Der Betroffene Rainer Winkler, bekannt unter dem Namen seines YouTube-Kanals Drachenlord. Winkler wird schnell zum Ziel von Cybermobbing. Eine immer größere Zahl von Hatern und Anti-Fans kommentiert jede seiner Äußerungen und beleidigt ihn. Es gibt unzählige Memes, Videos und tausende Kommentare, mit denen sich diese Community über Winkler lustig macht. Rainer Winkler verriet in einem seiner Videos seine Privatadresse, nachdem ihn ein Hater provoziert. Das wird ihm zum Verhängnis. Am 15. Juli 2015 streamt er live auf der Plattform YouNow. Ein paar tausend Menschen schauen zu. Kurz nach 23 Uhr hört Winkler Feuerwehrsirenen. Direkt vor seinem Haus. Er geht nach unten, um nachzusehen. Kurz darauf kehrt er aufgebracht zurück. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Die haben jetzt hier einen großen Alarm bei mir ausgerufen, von wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Ein anonymer Anrufer hatte einen Großbrand bei der Polizei gemeldet. 110 Feuerwehrleute in 20 Fahrzeugen, zwei Streifenwagen und zwei Rettungswagen fuhren daraufhin zum Haus von Rainer Winkler. Der Einsatz in dieser Nacht führt nicht nur dazu, dass die Männer der Freiwilligen Feuerwehr ihren Feierabend nicht genießen können. Es entstehen auch Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro. Und er bindet Kräfte, die für einen echten Einsatz gefehlt hätten. Mit der Zeit geriet die Situation zunehmend außer Kontrolle. Rainer Winklers Privatadresse verbreitete sich im Netz. Hater aus dem ganzen Bundesgebiet reisten zu seinem Wohnort. Immer wieder kam es zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen, Hausfriedensbruch und anderen Delikten. Rainer Winkler ist nicht das einzige Swatting-Opfer in Deutschland. Streamer Kilian Heinrich, bekannt als Tanzverbot, bekam nach eigenen Angaben über 50 Mal Besuch von der Polizei. Auch Montana Black, der größte deutschsprachige Gaming-Streamer auf Twitch und YouTuber Knossi wurden bereits Opfer von Fake-Notrufen. Ich mache mit Clueso gerade die große Talentschau im Internet und jemand ruft bei mir Krankenwagen Feuerwehr. Warum? Warum muss man sowas machen? Über seinen Anwalt haben wir Rainer Winkler um ein Interview gebeten. Doch weder er noch sein Anwalt selbst haben auf die Anfrage reagiert. Stattdessen bin ich mit Anissa Badur verabredet, die als Annie Dedak eine der bekanntesten Streamerinnen Deutschlands ist. Sie wurde während eines Live-Werbeevents für Uber Eats in einer Pizzeria geswattet. Hi Anissa, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie ist das denn eigentlich damals passiert? Wir haben den Stream gestartet und es lief alles ganz normal. Ich habe Pizza zubereitet und plötzlich vor der Tür halt mega viel Blaulicht, mehrere Rettungsfahrzeuge. Da hatte wohl eine Person alles gleichzeitig alarmiert. Also Polizei, Feuerwehr, ich glaube auch die, ich weiß nicht, wo man anruft, dieses Stadtwerk, dass man Gaslag hat. Da wurde auch angerufen. Es war schon ein unwohles Gefühl. Wie geht es dir jetzt damit? Hast du Ängste oder? Also bei mir jetzt nicht, dadurch, dass das halt in einem öffentlichen Rahmen war und nicht bei mir zu Hause. Ich kann mir vorstellen, dass in den Privatgemächtigern passiert, dass plötzlich du gestürmt wirst, das natürlich einen ganz anderen Impact hat. Hast du denn von anderen Streamern mitbekommen, dass denen das auch schon mal passiert ist? Boah, ich habe schon echt viel von sowas gehört, auch von Kollegen und Freunden. Ich will jetzt ungern in deren Namen jetzt irgendwelche Geschichten auspacken, aber von, keine Ahnung, dann Helikopter da gewesen. Zu Hause, zu Leute haben die Wohnungen gestürmt, also sehr, sehr viele Sachen zu Leuten, dass sie halt umziehen mussten, weil so oft Leute klingeln waren oder auch einfach nur so aus Scherz, um welche Sachen bestellt worden sind. Für Annie war das Swatting unangenehm, aber sie hat gelernt, damit umzugehen. Der Begriff Swatting kommt aus den USA und leitet sich vom Begriff SWAT ab, der Abkürzung für Special Weapons and Tactics, also den Polizeispezialeinheiten, die in den USA dafür zuständig sind, Wohnungen zum Beispiel bei Geiselnamen zu stürmen. Streng genommen liegt Swatting also nur dann vor, wenn durch den Fake-Notruf eine Spezialeinheit der Polizei zum Einsatz kommt. In Deutschland werden diese Aufgaben von den Spezialeinsatzkommandos des SEK wahrgenommen. Anders als in Deutschland rückt die Polizei in den USA bei Swatting-Einsätzen häufig mit gezogener Waffe an. 2018 wurde der 28-jährige Familienvater Andrew Finch nach einem Fake-Notruf durch die Polizei erschossen. Der Tod von Andrew Finch ist ein Einzelfall, aber Swatting ist für die Opfer auch eine große psychische Belastung. In Köln treffe ich mich mit Josefine Schmidt. Sie weiß um die Folgen für die Betroffenen. Swatting kann eigentlich die gleichen Folgen für die Opfer haben wie dramatische Erlebnisse oder physische Gewalt. Also letztlich kann das ja ein sehr traumatisches Erlebnis sein, wenn plötzlich eine Polizeihundertschaft vor der Tür steht und durch die Wohnung reinrennt. Und warum wurde gerade Rainer Winkler zum Ziel für Swatting? Die Gründe, warum Leute das machen, die sind ja unterschiedlich. Also es kann einerseits daran liegen, dass sie das irgendwie Macht ausüben wollen und Spaß daran haben, Macht auszuüben. Und wenn man jemandem begegnet wie Rainer Winkler, der ja auch noch sich extrem darüber aufregt, dann gibt es den Personen, die es machen, auch nochmal so einen letzten Kick. Die Ermittlungen, die zum Swatter von Rainer Winkler führten, wurden von der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg geleitet. Dem Einsatz der Behörde ist es zu verdanken, dass der Täter als bislang erster und einziger Swatter in Deutschland verurteilt wurde. Alexander S. war zum Zeitpunkt der Taten Anfang, Mitte 20, hat in Norddeutschland noch bei den Eltern gelebt, keinen Schulabschluss vorzuweisen gehabt, ist keiner beruflichen Tätigkeit nachgegangen, war viel im Internet unterwegs, auf legalen und illegalen Foren, wie zum Beispiel Crime Network. Und wie ist der Täter beim Swatting dann genau vorgegangen? Ganz wesentlicher Baustein für Alexander S. war natürlich, zumindest mal für den Bereich seiner Swatting-Anrufe, die gehackten Zugänge zu routern, um fremder Leute Festnetznummer nutzen zu können. Die Zugänge kann man sich kaufen auf entsprechenden Plattformen wie Crime Network. Dann sind natürlich noch weitere Verschleierungsmaßnahmen erforderlich, zum Beispiel Nutzung von VPN-Diensten. Wenn man nach Möglichkeiten sucht, das zu tun, finden sich und haben sich auch für Alexander S. auf Crime Network viele, viele Werkzeuge gefunden, die ihm dann zur Verfügung standen. Wie schwer war es denn dann, den Täter zu fassen? Wenn die Technik ständig fehlerfrei eingesetzt wird, um das eigene Agieren im Internet zu verschleiern, dann ist es für uns Ermittler außerordentlich schwierig. Was uns aber damals ganz enorm geholfen hat, der Täter war arg mitteilungsbedürftig auf den Foren und auf den Boards, auf denen er unterwegs war und hat genug Informationen hinterlassen, dass es in akribischer Auswertung möglich war, die Puzzleteile zusammenzufügen. Swatting ist in Deutschland kein eigener Straftatbestand, sondern wird als Missbrauch von Notrufen erfasst. Mehrere tausend Mal rücken Polizei und Rettungskräfte pro Jahr zu Fake-Notrufen aus. Aber nicht in allen Fällen handelt es sich auch um Swatting. Denn ein Missbrauch von Notrufen liegt zum Beispiel auch dann vor, wenn eine Person einen Feuermelder auslöst. Ich möchte gerne wissen, was Alexander S. zu seinen Taten bewegt hat. Auf eine Interviewanfrage, die wir über seinen Anwalt stellen, reagiert er nicht. Sein Anwalt will aber mit uns sprechen. Aus meiner Sicht war mein Mandant im Verhältnis zu anderen Bürgern überdurchschnittlich intelligent im Hinblick auf die IT. Er hat sich aus meiner Sicht hervorragend im Netz bewegen können, wenn er auch keine qualifizierte Ausbildung hatte. Es war für die Justiz, das muss man ehrlich sagen, Neuland. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, konnte Ihr Mandant eigentlich relativ ungestört im Netz kriminell sein, oder? Das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Das ist auch tatsächlich in den Feststellungen des Gerichts zum Ausdruck gekommen. Was war denn so die Motivation Ihres Mandanten? Ich glaube schon, dass er in der Situation Genugtuung empfunden hat. Allerdings bin ich auch in der Nachbetrachtung davon überzeugt, dass ihn das Gerichtsverfahren schon nachhaltig beeindruckt hat. Und er diese Zeit insbesondere auch in der Untersuchungshaft und in der Haft genutzt hat, um sein Verhalten zu ändern. Im November 2016 wird Alexander S. am Landgericht Nürnberg angeklagt. Neben dem missbräuchlichen Notruf, der zum Großeinsatz der Feuerwehr bei Rainer Winkler führte, werden ihm zahlreiche andere Straftaten zur Last gelegt. Das waren Internetbetrügereien mit ganz klassisch monetärem Interesse, das waren die Swatting-Aktivitäten, das war ein DDoS-Angriff, da waren Gewaltdarstellungen mit dabei, da war Kinderpornografie mit dabei, da waren diverse Trollaktionen mit dabei. Und welche weiteren Straftaten hat er dann zum Nachteil von Rainer Winkler begangen? Es ist versucht worden, mit einer Überlast, auch eine Internetpräsenz, die der Drachenlord seinerzeit hatte, lahmzulegen. Es gab Warnbestellungen auf den Namen des Drachenlords, also sechs Toys waren da dabei. Es ist einmal Wasserstoffperoxid bestellt worden. Dabei ist dann der Name vom Geschädigten ein bisschen verfremdet worden, dass er leicht arabisch klingt, weil man vielleicht gedacht hat, das triggert dann irgendwelche Antiterror-Maßnahmen. Darüber hinaus soll er laut Anklage auch weitere Streamer geswattet und mit Fake-Bestellungen getrollt haben. So bestellte er mit gestohlenen Identitäten, Sex-Toys und Fleischwaren, die er den Gemobbten nach Hause liefern ließ. Es stellt sich auch heraus, dass Alexander S. das Swatting zusammen mit weiteren Mittätern begangen hatte. In einem gemeinsamen Chat verfolgten sie den Livestream von Rainer Winkler und den Notruf, mit dem Alexander S. den Großeinsatz der Feuerwehr auslöste. Polizei Neustadt, hakt das gut? Ja, hallo, und zwar brennt es bei meinen Nachbarn. Was ist, brennt? Es brennt, das Haus brennt, die Scheune brennt, alles brennt. Sie müssen schnell hier hinkommen. Wo ist denn das? Auf der A**? Komm, die bitte sofort, es brennt drin und das ist alles am Dampfen. Okay, wie hafen die Nachbarn? Herr Winkler ist das. Winkler? Genau. Die Scheune und Wohnhaus brennt? Ja. Jo, bis gleich. Bis gleich. Scheinbar hatten die Täter beim Swatting großen Spaß. Die Folgen für die Betroffenen scheinen ihnen zumindest gleichgültig gewesen zu sein. Ich frage mich, welche Rolle dabei die Dynamik in der Gruppe spielte. Manchmal starten solche Aktionen ja so als ein Spaß in der Gruppe. Da treffen sich Leute und irgendwie schaukelt sich das hoch und einer möchte, dadurch, dass er vielleicht besonders gerne dazugehören möchte, möchte besonders krass sein und diese Aktionen auslösen. Und dann kann natürlich auch sozialer Druck innerhalb der Gruppe eine Rolle spielen. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt gerade, ich muss das machen, damit ich Teil dieser Gruppe bin und akzeptiert in der Gruppe bin. Und dann ist es in der Gruppe häufig einfacher. Man kann sich ja auch einfach verstecken. Ich muss nicht alleine Verantwortung für diese Handlung übernehmen, sondern ich kann am Ende sagen, sie am Ende waren wir das vielleicht alle oder der eine mehr als ich. Und das macht es natürlich auch viel, viel einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel betroffen bin, was kann ich am besten tun? Also wie komme ich dann da raus? In dem Moment, wo der Polizeieinsatz oder der Feuerwehreinsatz vor der Tür steht, natürlich vermeiden, so eine Plattform zu bieten. Das ist ja das, was beispielsweise auch Renner Winkler getan hat, dass er sich einfach als beilaufender Kamera furchtbar darüber aufgeregt hat. Und man muss den Livestream, den man ohnehin laufen hat, ja auch nicht weiterführen oder das Ganze im Internet übertragen und so dazu beitragen, dass Leute sich daran noch irgendwie nicht unterhalten und aufgeilen können. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Im Fall von Renner Winkler geriet das Mobbing so außer Kontrolle, dass sich die Situation nicht mehr beruhigen ließ. Im Oktober 2021 verkauft Renner Winkler sein Haus und zieht weg. Um zu verhindern, dass es zu einer Pilgerstätte für Hater wird, lässt es die genervte Gemeinde abreißen. Nur die Scheune und die Garage sind noch erhalten. Am 25. Januar 2017 wird Alexander S. vom Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilt. Das Gericht stellt beim Angeklagten eine hohe kriminelle Energie fest. Strafmildernd wirkt sich aus, dass er bei der Aufklärung mitwirkte und die Identität seiner Mittäter preisgab. Strafschärfend wirkte sich unter anderem aus, dass der Missbrauch des Notrufes zu einem erheblichen Personen- und Fahrzeugeinsatz der Rettungskräfte führte. Alexander S. wurde für alle seine Straftaten zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Für das Swatting von Renner Winkler bekam er vom Gericht eine Einzelstrafe von sechs Monaten. Was meint ihr? Sollten die Strafen für Swatting-Fälle verschärft werden? Und habt ihr vielleicht sogar Swatting-Fälle in eurem Umfeld mitbekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Hier oben findest du unser letztes Video. Schau doch da gerne mal rein. Und hier unten findest du das Video von Follow Me Reports. Da hat Pablo Emilia getroffen. Seitdem sie zehn ist, war sie Influencerin. Heute verfolgt sie ihre Social Media Karriere nicht mehr.